Moin, 5.12 Uhr, die Nachrichten. Schwerin. Bernd Nottebaum, der niegelnagelneue Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Ordnung, ist auf Antrittsbesuchstournee in der Stadt unterwegs. Also wenn es klingelt, vorsichtig beim Öffnen der Türen, es könnte der Nottebaum davor stehen. Schwerin. Sind doch Ferien. Da können ja ruhig alle Schweriner und die Touristen sowieso gucken, wie außerhalb der Kneipe ein Brand gelöscht wird. Dafür gibt es den Halle am Fernsehturm ein Feuerwehrmuseum. Das Wetter, naja, ist der Sommer, da kann ja jeder mal selbst raus und gucken. So, das war's für heute. Schnauf Iderwen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst.